Ich lerne Deutsch. Nummer 2165 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Das kann ich jetzt nicht besprechen. Ich habe einen wichtigen Termin. Ich muss mich beeilen. Das kann ich jetzt nicht besprechen. Das kann ich jetzt nicht besprechen. Ich habe einen wichtigen Termin. Ich muss mich beeilen. Die Freunde spielen Volleyball an einem Sandstrand in der Karibik. Die Freunde spielen Volleyball an einem Sandstrand in der Karibik. Ramon erklärt dem Team die verschiedenen Entwicklungsstufen des neuen Projekts. Ramon erklärt dem Team die verschiedenen Entwicklungsstufen des neuen Projekts. Ramon erklärt dem Team die verschiedenen Entwicklungsstufen des neuen Projekts. Treppenlaufen verbessert Ausdauer, Schnelligkeit, Konzentration und Koordinationsfähigkeit. Treppenlaufen verbessert Ausdauer, Schnelligkeit, Konzentration und Koordinationsfähigkeit. Habt ihr diese Mitteilung schon gelesen? Ich finde das Angebot für uns interessant. Der Unterricht beginnt in fünf Minuten. Der Unterricht beginnt in fünf Minuten. Ich habe mir am Strand einen Stein unter den Kopf gelegt. Ich habe mir am Strand einen Stein unter den Kopf gelegt. Ich brauche eine neue Brille. Die großen Wohnungen haben Südbalkone. Die großen Wohnungen haben Südbalkone. Wir sind in einer sehr gefährlichen Gegend unterwegs und müssen mit allem rechnen. Die großen Wohnungen haben Südbalkone. Jetzt kommen einige Wiederholungen. Ich habe gerade meine Koffer vom Gepäckband geholt. An welchem Ausgang stehst du? Ich habe gerade meine Koffer vom Gepäckband geholt. An welchem Ausgang stehst du? An welchem Ausgang stehst du? Ich will es noch einmal deutlich sagen. Ich will es noch einmal deutlich sagen. Unsere Strategie hat sich in diesem Punkt geändert. Ich will es noch einmal deutlich sagen. Ich will es noch einmal deutlich sagen. Für 100 Seiten brauche ich ungefähr drei Stunden. Viele Studien zeigen, dass eine kurze Pause nach etwa einer Stunde Arbeit besonders wohltuend ist. Nach den Yoga-Übungen kuscheln wir gemeinsam auf dem Sofa. Nach den Yoga-Übungen kuscheln wir gemeinsam auf dem Sofa. Der Münzexperte benutzt eine Schieblehre. Der Münzexperte benutzt eine Schieblehre. Ich bin sehr zufrieden mit deiner Leistung. Mach weiter so! Ich bin sehr zufrieden mit deiner Leistung. Mach weiter so! Ich zähle meine Ersparnisse. Reicht das Geld bis Ende des Monats? Ich zähle meine Ersparnisse. Reicht das Geld bis Ende des Monats? Wir haben die Ergebnisse unserer gemeinsamen Forschung zusammengefasst. Wir haben die Ergebnisse unserer gemeinsamen Forschung zusammengefasst. Morgen teilen wir alles der Presse mit. Bogenschießen ist mein Hobby. Ich nehme auch an Wettkämpfen teil. Bogenschießen ist mein Hobby. Ich nehme auch an Wettkämpfen teil. Bogenschießen ist mein Hobby. Bogenschießen ist mein Hobby. Ich nehme auch an Wettkämpfen teil. Wir beide bleiben immer zusammen. Wir trennen uns nie wieder. Wir beide bleiben immer zusammen. Wir trennen uns nie wieder. Wir beide bleiben immer zusammen. Wir trennen uns nie wieder. Meine ältere Schwester gibt mir oft gute Ratschläge. Ich kann mit jeder Frage zu ihr kommen. Meine ältere Schwester gibt mir oft gute Ratschläge. Ich kann mit jeder Frage zu ihr kommen. Meine ältere Schwester gibt mir oft gute Ratschläge. Ich kann mit jeder Frage zu ihr kommen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. und gib uns bitte ein Like. ... ... ... ... Vielen Dank.